Das muss man wissen. Ist doch schön, wenn man gleich zustimmen kann. Ja. Si. Si. Manchmal aber sagen wir Nein. Schließlich lassen wir uns nicht alles gefallen. In diesem Falle sagen wir Nein. No. No. Nun kennen wir die Wörter Ja und Nein. Es ist an der Zeit unsere Wünsche vorzutragen. Wir sagen Bitte. Per favore. Per favore. Oder Per piacere. Per piacere. Oder Prego. Prego. Wenn wir bekommen haben, was wir wollen, genügt ein einfaches Danke. Grazie. Grazie. Das kann man auch verstärken, indem man sagt Vielen Dank. Molte grazie. Molte grazie. Oder Grazie mille. Grazie mille. Meist bekommen wir darauf die Antwort. Gern geschehen. Oder Keine Ursache. Keine Ursache. Non c'è di che. Non c'è di che. Und schon können wir erste Wortverbindungen wagen. Ja, bitte. Si, grazie. Si, grazie. Oder Nein, danke. No, grazie. No, grazie. Entschuldigung kann vieles bedeuten. Die Einleitung einer Frage oder einen Protest zum Beispiel. Entschuldigung, Sie stehen auf meinem Fuß. Entschuldigung. Scusi. Scusi. Manchmal bitten wir damit aber um Vergebung. Zum Beispiel, wenn wir jemanden verletzt haben. Verzeihen Sie bitte. Scusi. Scusi. Oder Scusa. Scusa. Wenn wir etwas ehrlich bedauern, sagen wir auch Es tut mir leid. Spiacente. Spiacente. Wenn dann alles bereinigt ist, lautet die Antwort In Ordnung. Va bene. Va bene. Und nun einige Sätze der Begegnung. Das Erste, was Sie dabei sagen, ist ein Grußwort. Guten Tag. Salve. Salve. Oder Ciao. Ciao. Und beim Abschied? Da sind die meisten Sprachen weniger formell. Bei uns genügt ein lockeres Tschüss. Arrivederci. Arrivederci. Oder Ciao. Ciao. Mitunter wollen Sie jemanden wirklich wiedersehen. Manchmal sagen Sie es nur aus Höflichkeit. Auf Wiedersehen. Arrivederci. Arrivederci. Interessanterweise gibt es in fast allen Sprachen für die erste Begegnung am Morgen einen besonderen Gruß. Bei uns sagt man Guten Morgen. Buongiorno. Buongiorno. In manchen Ländern wünscht man sich auch einen gegenseitigen Guten Nachmittag. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Am Abend wünschen auch wir einander einen Guten Abend. Buona sera. Buona sera. Und vor dem Schlafen gehen heißt es nach demselben Prinzip Gute Nacht. Buona notte. Buona notte. Manchmal begrüßen wir einen lieben Gast oder werden selbst von jemandem herzlich empfangen. Wie schön, dass Sie da sind. In diesem Falle sagen wir Willkommen. Benvenuto. Benvenuto. Weiter geht es meist mit Höflichkeitsfragen, auf die man nicht immer wirklich eine ausführliche Antwort will. Zum Beispiel Was gibt es neues? Wie geht es? Wie geht es dir heute? Oder man fragt einfach Wie läuft's so? Come vanno le cose? Come vanno le cose? Wenn der Fragesteller einem nicht sehr nahe steht, erwartet er darauf eigentlich nur ein kurzes Danke, gut. Bene, grazie. Bene, grazie. Bei mir ist alles in Ordnung. Und bei Ihnen? Wenn sich keiner beschwert hat und alles mehr oder weniger zufriedenstellend war, fassen wir höflich zusammen. Es war sehr angenehm. Es war ein wirkliches Vergnügen. Darauf werden uns die meisten Gastgeber antworten. Die Freude war ganz meinerseits. Oder Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein Vergnügen. Nach so vielen Höflichkeiten trennen wir uns mit guten Wünschen und sagen Ich wünsche Ihnen Es geht auch kürzer. Zum Beispiel mit einem Alles Gute noch oder Viel Glück. Man kann natürlich auch spezifischer sein und sagen Glück und Gesundheit. Salute e Felicità. Oder Ein schönes Fest. Buone Feste. Buone Feste. Üblich ist auch Ein gutes Jahr. Es gibt noch andere gute Wünsche. Eine gute Reise. Buon Viaggio. Buon Viaggio. Und wie alt bist du? Alles Gute zum Geburtstag. Buon Compleanno. Buon Compleanno. Anlässe zum Feiern gibt es das ganze Jahr. Alles Gute zum Hochzeitstag. Buon Anniversario. Buon Anniversario. Viel Spaß oder Einen angenehmen Aufenthalt. Buon Sogiorno. Buon Sogiorno. Und dann wünsche ich Ihnen noch Einen schönen Tag. Buona Giornata. Buona Giornata. Für alle Gelegenheiten geeignet ist natürlich Alles Gute. Ogni Bene. Ogni Bene.